Hallihallo und herzlich Willkommen bei Halli Zockt. Ihr habt wahrscheinlich an dieser Stelle ein kleines Review erwartet für diese Woche. Hatte ich auch geplant, aber erstens, es kommt immer anders und ja, zweitens, als man denkt. Tut mir auch gleich für den scheiß Sound, ich habe das Mikro noch nicht wieder angeschlossen, denn ich bin gerade total in Renovierungsarbeiten und deswegen sehe ich auch so total scheiße und abgewackt aus, denn ich habe den ganzen Tag geackert. Ja, tut mir leid, wenn vielleicht morgen, ich glaube, morgen kommt das DC-Video nicht und übermorgen weiß ich auch noch nicht, was das so kommt. Es ist einfach zu heftig, was hier gerade abgeht. Ihr seht es ja im Hintergrund, ihr habt es im Review für 2013 gesehen, das sah noch ein bisschen anders aus. Ja, ich kann euch da mal ganz kurz rumführen, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe auch einen kleinen Gast hier, da unten, Madame Katze. Ja, guck mal, ich guck mal, eben hier, ob ich, uah, da, so, hallo. Ja, da ist sie weg, ein bisschen scheu, guckt euch das einfach mal an hier. So, bin ich drauf, ja. Okay, ja, so sieht es jetzt aus. Ne, hier weiß und alles weiß gestrichen, das ist hier mal ein aktueller Karpelsalat. Ich habe ja versucht, das Internet irgendwie zum Laufen zu bekommen, hat auch eine Weile gedauert. Wenn wir jetzt mal hier runtergehen, seht ihr, oh, guck mal hier, Rechnung des Todes. Ja, so sieht es aktuell aus bei mir. Hier, da seid ihr selber drauf gerade. Oh, nee, Outer City und, äh, ja, hier, guck mal. Hallo, ne? So, äh, ich hoffe, ich bin jetzt auch im Bild. Aber ich bin so fertig. Ihr seht ja selber, ne? Und ich habe mich auch übelst schwer verletzt. Guck mal, guckst du hier? Alles voller Blut, da fuck, ja. Kleine Wunde am Finger und, äh, ja, müssen wir mit leben. Also verzeiht mir bitte, dass, äh, vielleicht heute, morgen, eventuell noch übermorgen, nicht gerade ein Video hochkommt. Und, äh, dass auch kein Review irgendwie am Start ist. Aber es geht halt nicht. Ich bin mitten in der Renovierung und jetzt seht ihr hier noch das, ja, mit, äh, der Leiter des Todes aus der Hölle, bisschen schief. Und, äh, demnächst wird es ein eigenes Studio geben, auf jeden Fall. Also ich bin, wie schon erwähnt, in Umbauarbeiten. Ähm, da wird, also ich richte mir in der ersten Etage, da, so, da oben, irgendwo, ja, äh, ein kleines Studio ein. Und, äh, von da aus wird es dann demnächst Vlogs geben. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Alles Gute, ich mach's gut, ihr macht's besser. Äh, ich muss ja erst mal unter die Dusche jetzt. Na, weil ich stinke auch wie Sau. Ne, so nebenbei. Euer Hadi, tschüss! Tschüss!